Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 506 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin Aktienhändler und arbeite Tag und Nacht. Ob London, New York oder Tokio. Alle großen Börsenplätze sind für mich interessant. Ich bin Aktienhändler und arbeite Tag und Nacht. Ob London, New York oder Tokio. Alle großen Börsenplätze sind für mich interessant. Ich bin Aktienhändler und arbeite Tag und Nacht. Ob London, New York oder Tokio. Alle großen Börsenplätze sind für mich interessant. Ich habe gelernt, mit Stäbchen zu essen, aber es klappt nicht immer. Du musst deinen Gegner genau analysieren und schon vorher wissen, wohin er den Ball schlagen wird. Du musst deinen Gegner genau analysieren und schon vorher wissen, wohin er den Ball schlagen wird. Endlich rufst du mal an. Darauf habe ich schon so lange gewartet. Endlich rufst du mal an. Darauf habe ich schon so lange gewartet. Ich bin stolz auf alles, was ich bisher erreicht habe. Mein Leben ist einfach wunderbar. Ich bin stolz auf alles, was ich bisher erreicht habe. Mein Leben ist einfach wunderbar. Wenn du das erste Mal töpferst, dann beginne mit kleinen und einfachen Gegenständen. Wenn du das erste Mal töpferst, dann beginne mit kleinen und einfachen Gegenständen. Besonders typisch für Halloween ist das Verkleiden und das Aufstellen und Bemalen von Kürbissen. Besonders typisch für Halloween ist das Verkleiden und das Aufstellen und Bemalen von Kürbissen. Mein Partner und ich schminken uns und ziehen zu Halloween ähnliche Kleidung an. Wir schauen uns das gemeinsam an und entscheiden dann, was zu tun ist. Wir haben uns gesucht und gefunden. Jetzt bleiben wir zusammen. Jetzt bleiben wir zusammen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Es ist wieder Zeit für den Sommerurlaub. Es ist wieder Zeit für den Sommerurlaub. Experten empfehlen dringend, mehrmals täglich 5 bis 10 Minuten Pause einzulegen. Ich mache mir Sorgen um die Lunge. Ich höre ungewöhnliche Geräusche durch das Stethoskop. Ich mache mir Sorgen um die Lunge. Ich höre ungewöhnliche Geräusche durch das Stethoskop. Ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt. Ich wurde von der Firma gefeuert und mein Mann hat eine Freundin. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt. Ich wurde von der Firma gefeuert und mein Mann hat eine Freundin. Was soll ich machen? Ich hoffe, der Flug wird sich nicht noch einmal verzögern. Beim letzten Mal hat es lange gedauert, bis wir starten konnten. Die Massage soll die Durchblutung von Muskeln, Haut, Sehnen und Bindegewebe fördern sowie Verspannungen lösen. An Besucher, die nicht regelmäßig auf der Baustelle sind, wird oft ein weißer Helm ausgegeben. Die Gäste sind da. Der Sekt steht bereit. Die Feier kann beginnen. Die Gäste sind da. Der Sekt steht bereit. Die Feier kann beginnen. Die Gäste sind da. Der Sekt steht bereit. Die Feier kann beginnen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. didnt gehören. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.